In D-Sims 3 gab es einen großen Online-Store mit vielen Objekten, Welten und Sets, die teilweise wirklich beliebt waren. In diesem Video will ich mir die Inhalte aus diesem nochmal genauer ansehen. Viel Spaß beim Ansehen. Ich habe jetzt schon mal direkt die Store-Seite von D-Sims 3 aufgerufen, da konnte man ja wirklich teilweise wirklich viel Geld loswerden. Das war wirklich krass, aber dafür gab es glaube ich auch ein paar coole Sets. Und wir schauen doch jetzt direkt mal rein. Das ist doch wirklich die klassische D-Sims 3-Seite, die ich schon 100 Jahre wirklich nicht mehr aufgerufen habe. Das ist eigentlich echt krass hier. Es ist auch gar nicht mehr so aktuell, das ganze Zeug hier. Zuletzt gab es hier eine News zu D-Sims 4 Wellness-Tag. Ist also schon alles ein bisschen her. Aber es war auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Ich habe mir hier auch die ein oder andere Sache im Store gekauft. Wenn wir schauen mal, ob ich überhaupt noch in meinen Account reinkomme, dann wäre das auch mal ganz witzig zu sehen, was ich mir da so geholt habe. Es gab ja diesen Menüpunkt mit dem Store und da gab es dann auch die Premium-Inhalte. Also ich weiß nicht, da kamen glaube ich monatlich oder so immer neue Sachen raus, immer so kleinere Packs. Die waren alle sehr teuer, aber teilweise auch eigentlich war echt cooles Zeug dabei. Also was ich auf jeden Fall noch kenne, ist diese Backstation. Da habe ich früher ganz viele Videos zu gesehen. Damit konnte man Torten, Kuchen, Brote und alles mögliche backen und das dann auch verkaufen. Das ganze Ding war dann hier mit diesem Set verknüpft. Da gab es dann auch immer so ein paar Objekte, die man dann installieren konnte. Also das waren dann diese Premium-Inhalte hier, die Backstation und die Bazaar-Kollektion. 17 Artikel waren da drin und 1900 Sim-Points. Schon ganz schön teuer immer alles. Also gab es hier so ein paar Objekte, mit denen man dann so eine eigene kleine Bäckerei doch bauen konnte. Ja, hier eine kleine Bäckerei an der Ecke zu errichten, indem sie auch ihre Waren präsentieren und dann auch verkaufen können. Fake-Brot im Eimer. Da gab es ja auch dieses Grundstück dann mit dazu. Es gab so viel Zeug. Ich freue mich gerade irgendwie so ein bisschen hier alles mal durchzuschauen. Die ganzen Welten waren ja auch immer extrem cool. Bei The Sims 3 gab es ja noch die Möglichkeit, die auch selber zu erstellen. Aber die Store-Welten haben mir auf jeden Fall extrem gut immer gefallen. Ich weiß noch, dass ich mir auf jeden Fall mal Monte Vista gekauft habe. Die in der Welt habe ich ganz viel gespielt, auf jeden Fall. Die war auch wirklich richtig süß. Hier gab es diesen Dorfkern und dann drumherum so einzelne kleine Häuschen, in denen man dann auch spielen konnte. 20 Euro, das wäre bei uns jetzt schon ein ganzes Gameplay-Pack. Es gab ja ein paar neue Objekte. Ja, so ein paar Fenster. Irgendwie alles so ein bisschen zufällig gefühlt. Ein paar neue Bäumchen an sich. Wunderschöne Welt. Sowas in The Sims 4 wäre auf jeden Fall auch extrem cool. Oh, Dragon Valley hat mich auch immer ziemlich fasziniert, muss ich sagen. Die Welt hatte ich persönlich nie. Also ich glaube, Monte Vista war wirklich die einzige Welt, die ich mir geholt habe. Später hatte ich noch Roaring Heights. Daran kann ich mich auch noch erinnern. In der habe ich aber wirklich nicht so viel gespielt, obwohl sie auch ziemlich cool gestaltet war. In The Sims 3 waren ja auch irgendwie gefühlt die Gebäude ein bisschen schöner gebaut. Das hat mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen. Prisma Kunstatelier klingt doch irgendwie auch cool. Ah, damit kam diese Glasbläserei ins Spiel. Zwölf Artikel, auch 1900 Simpoints. Also eher so mit so kleinen Deko-Objekten. Und dann immer so ein richtig cool gestaltetes Grundstück, auf dem man dann das neue Gameplay erleben konnte. Also ich weiß jetzt gar nicht, das mit dem Glasbläsern habe ich mich wirklich noch nie beschäftigt. Und ich hatte den Inhalt auch nicht. Aber die Sachen hier sind schon alle eigentlich echt cool. Kochen wie ein Profi. Ah ja, genau. Es war dieses Objekt, mit dem man so eine Art Restaurant ins Spiel bringen konnte. Also man hatte eine Karte und konnte dann sein Essen da verkaufen. Das weiß ich auf jeden Fall noch nicht so cool wie in The Sims 4. Aber auch sowas in der Art. Kommerzieller Ofen, rein geschäftlich. Groß, Gameplay stark war dieses Objekt, glaube ich nicht. Da habe ich auch mal irgendwie ein Video zu gesehen. Aber ich glaube, in The Sims 4 ist es dann doch vielleicht ein bisschen besser gelöst worden. Das war hier auch mit der Montevista-Region verknüpft. Da gab es dann hier so einen kleinen Markt, wo man, glaube ich, Zeug verkaufen konnte. Hier gab es irgendwie auch so ein Casino. Ja, genau. Da gab es diesen komischen Tisch da. Das sieht an sich irgendwie auch ziemlich cool aus. Ich finde es irgendwie witzig. Braucht man ein Casino im Spiel? Ich glaube, ich würde es gar nicht so viel nutzen. Ich frage mich nach welcher Logik sie die Objekte erstellt haben. Ich glaube, sie haben wirklich dieses Grundstück gebaut. Und dann haben sie an den Stellen, wo noch Objekte fehlen, dann einfach ein paar hier hinzugefügt. Die sie halt für dieses Grundstück so ein bisschen gebraucht haben. Irgendwie ist es so zufällig. Irgendwie ist da so zwei Deko-Objekte, so ein Stuhl, der so, ja, und mit der Bar verknüpft ist vielleicht noch. Aber irgendwie hat es gar nicht so richtig Hand und Fuß. Klassiker, Feiertage und Geschenke. Wir gehen mal auf Klassiker. Was gibt es denn hier? Frisch von der Farm. Fünfziger-Fantasie. Das kommt jetzt schon so ein bisschen gefühlt an die Accessoire-Packs ran. Oh, ist das kompliziert. Okay, es gibt einmal Schlafzimmer, dann Badezimmer, das zusammengesetzt. Und dann gibt es noch S- und Deko-Satz. Also irgendwie alles so ein bisschen gefühlt gesplittet. Was ist denn da in so einem Pack drin? 19 Artikel ist jetzt auch nicht so sonderlich viel. Ich muss wirklich zugeben, ich fühle mich gerade so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Ich weiß noch, wo ich hier wirklich über diese ganze Seite gegangen bin und geschaut habe, was ich mir alles holen wollte. Geräte. Gab es hier nicht diese Fritteuse? Ja, es gab wirklich einfach als Objekt eine Fritteuse, die man sich kaufen konnte. Eine Fritteuse, warum? Also so in einem Pack finde ich das ja mega cool, wenn dann so ein paar neue Objekte dazu kommen, die man dann benutzen kann. Aber ja, mega. So was sie sich dabei geerdacht haben. Hier, der Holzofen ist natürlich cool. Und diesen Grill habe ich mir auch geholt, das weiß ich auch noch. Ich habe mir auch dieses Basketball-Objekt geholt. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Hier, die Eismaschine quasi als Objekt, was man sich einzeln so kaufen konnte. Gab es dann hier auch so im Set. Beziehungsweise im Satz, wie auch immer das hier beschrieben wird. 30 Artikel, 1045 Sim-Points. Oh, daran kann ich mich auch noch erinnern, das Wasserrad, was es gab. Beziehungsweise nicht jetzt nur das Wasserrad, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend. Aber hier dieses zweites Frühstück in der alten Mühle. Mega cooles Grundstück auf jeden Fall. Aber jetzt ist es halt witzig. Dieses Verkaufsargument war ja sogar fast ein bisschen dieses Grundstück, was man sich quasi auch selber bauen könnte. Aber in The Sims 4 würden die Entwickler, glaube ich, niemals auf die Idee kommen, so ein Grundstück in den Vordergrund zu setzen. Und das quasi für Geld zu verkaufen. Ich meine, jetzt in The Sims 4 ist es so ein bisschen andersrum. Jetzt sind die Grundstücke meistens das, worauf man sich im Pack eher nicht so freut. Also so ein paar Sachen wie die Welten, da habe ich, glaube ich, wirklich immer viel drauf geguckt. Wir können ja hier nochmal reinschauen. Die wollte ich mir eigentlich immer alle holen, auch wenn die halt extrem teuer waren. Riverview gab es ja gratis, wenn man sich quasi mit dem Store verbunden hat, konnte man sich gratis runterladen. Wahrscheinlich wollte man mit diesem Move auch ein bisschen einfach den Store pushen, dass die Leute vielleicht mal die Welt sehen, die sie sich runterladen wollen und dann hier noch was zusätzliches kaufen. Okay, ich bin in meinem Account drin. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich mir bei dem Namen gedacht habe, aber jetzt schauen wir doch nochmal, was ich mir hier genau gekauft habe. Ich habe jetzt sogar herausgefunden, was ich mir in The Sims 3 alles gekauft habe. Das waren hier einmal diese kostenlosen Objekte, das war ja nichts Spannendes. Aber hier, ich habe immer wieder hier diese, die ich anscheinend war, mich ziemlich an Pflanzen interessiert, die ich ziemlich cool fand. Und hier gab es dann, ah, dieses Kochset habe ich mir geholt, den Basketballkorb und dieses, ja, das habe ich vorhin schon erwähnt, diesen Grill auf jeden Fall. Ich glaube doch, da waren ein paar coole Sachen dabei, die ich mir hier geholt habe. Das Tablet. Ja, irgendwie scheinbar war ich wirklich so ein kleiner Pflanzenfanatiker. Und diesen Hängestuhl fand ich extrem cool. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass es sowas auch nochmal in The Sims 4 gibt. Den habe ich gefühlt wirklich überall. An jede Terrasse habe ich den nochmal dran gepappt. Genauso wie diese Glühbirnen hier. Und jetzt habe ich hier immer noch 1000 Sim Points. Das ist auf jeden Fall interessant. Und das ganze kostenlose Zeug natürlich. Also für Leute, die wirklich ein bisschen Geld über hatten und dann auch hier zuschlagen wollen, die Promenade. Es gab doch wirklich ein paar coole Sets, die man sich holen konnte für The Sims 3. War natürlich auch alles mega teuer, aber war jetzt doch auf jeden Fall schon mal wieder richtig lange her, dass ich mir das das letzte Mal angesehen habe. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr im The Sims 3 Store mal zugeschlagen habt. Das würde mich doch auf jeden Fall mal interessieren. Es könnte natürlich auch sein, dass sowas mal für den Nachfolger kommen soll. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe auf jeden Fall mal gehört, dass der The Sims 3 Store nicht so viel genutzt wurde, wie es sich gewünscht wurde. Weshalb der dann wahrscheinlich auch in The Sims 4 nicht mehr übernommen wurde. War jetzt auf jeden Fall doch ziemlich interessant und auch ein bisschen überraschend. Ich glaube, so ein paar Sachen wären auf jeden Fall schon mal ganz cool noch für The Sims 4. Aber ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos wieder.